Stillfall ist schon immer ein stiller Zwerg gewesen, erfüllt von düsteren Gedanken und viel Hass gegenüber allem Grünen und Lebendigen. Und deswegen hat er sich aufgemacht, seine Mission zu erfüllen, jetzt mit dem neuen kostenlosen Patch von Age of Warners 4 endlich der wahre Nekromant zu werden, der er schon immer sein wollte. Denn nur mit der Macht des Todes kann die Welt geläutert werden und sein Reich wird er ausdehnen und seine Toten werden dieses Land zermalmen. Der feurigen Glut desselben Zahntigers und seinem ewig wehrenden Hass. Damit willkommen zu einer düsteren Stunde, denn in diesem Video werden wir uns mal die Nekromantie anschauen, die neu bearbeitet wurde im Patch, der jetzt mit Primal Fear herausgekommen ist. Damit ihr wisst, womit ihr es zu tun habt, wir werden hier ein abridged, also ein geschnittenes Let's Play sehen, wo ich euch die wichtigsten Highlights zeige, die wichtigsten Kämpfe und die wichtigsten Eindrücke hoffentlich vermitteln kann, die die Nekromantie so bietet. Also seid willkommen. Um den Aufstieg von Stillfall den Nekromanten zu gewährleisten, müssen wir erst ein paar Dinge erledigen. Wie immer bei Age of Warners 4 werden wir erstmal die Gegend erkunden, unsere Macht erhöhen, indem wir alle möglichen Dinge umhauen und einsammeln. Denn nur so können wir wirklich Nekromant werden. Und ja, um erstmal richtiger Nekromant zu werden, brauchen wir die Fähigkeit, die wir gerade erforschen. Das heißt, die ersten fünf Runden sind erstmal gar nicht so Nekromantenartig. Das heißt, Stillfall muss erstmal seine Fähigkeiten entwickeln, um wirklich ein Nekromant zu sein. Nach den drei Runden können wir nach dem Kampf jetzt Untote beschwören. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Und vor allem will Stillfall damit seine Macht demonstrieren und diese Karte unterjochen. Die Einstellungen sind relativ simpel. Wir haben eine Pangea-Map und wir wollen wieder gegen die beiden Naturfürstinnen, die die Nagerform auch bekommen können, kämpfen. Wie ihr seht, kurze Zeit später können wir Skelettwiederbelebung erforschen und können damit nach dem Kampf Seelen ausgeben, um Einheiten wiederzubeleben. Und wir wollen uns mal anschauen, wie gut das funktioniert. Als nächstes können wir den Nekromanten erforschen, ohne natürlich die super krasse Fähigkeit, den urtümlichen Säbelzandtiger zu beschwören. Denn das ist unser Totentier. Denn Stillfall ist erfüllt vom brennenden Hass, den er auf alles hat, was lebendig ist. Und deswegen wird alles im Aschenland verwandelt, was er berührt. Und seine untoten Armeen sollen durch diese Lande ziehen und jegliches Leben vernichten. Wir sehen auch schon, wir haben erste freie Städte betroffen, die sich, obwohl sie untot sind, weigern, unsere Macht anzuerkennen. Denn das müssen wir natürlich definitiv ändern. Entweder müssen wir das mit Geld machen oder mit Gewalt. Denn diese Ratten hier wären ein tatsächlich toller Vasal, der uns auf jeden Fall weiterhelfen würde. Dann haben wir natürlich den typischen Vasal, nebenan Eichenwald. Ja, ist auch unsere Rasse, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Die können wir auch am Leben lassen. Ich verweise gerade noch auf die Karteneinstellung, wie ihr sehen könnt. Jo, niedrige Bevölkerung sehe ich nicht wirklich, aber sei es drum. Und ansonsten bauen wir erstmal unsere Stadt aus, versuchen unseren Aschen, Säbel, Bahntiger zu verehren, damit er uns die Macht verleihen kann, um diese Karte tatsächlich unserem Willen zu unterwerfen. Und dafür brauchen wir noch einiges an Arbeit, denn natürlich spielen wir auch brutal, spielen gegen schwere KI. Zwar mit dem Mod, der die KI nicht ganz so sheetend lässt, das heißt brutal light. Aber trotzdem werden wir einigen Herausforderungen gegenüberstehen, wie ihr sehen werdet. Wir werden auch eine recht enge Map haben, wie ihr auch sehen könnt, mit recht gemeinen Positionen von Gegnern. Also diesen Plagehochten, wie es so schön heißt. Und hier sehen wir schon einen Untoten Plagehochten. Auch das kann natürlich Stillefall überhaupt nicht gefallen lassen, dass sich hier einfach untote Wesen auf dieser Map befinden, die eiskalt seine Herrschaft anzweifeln. Deswegen lernt er zunächst mal auf Level 4 das dunkle Ritual, um möglichst viele Zombies unter seinem Willen zu vereinen. Außerdem kann er Untote erwecken, um auch Verbündete Untote, was extrem krass ist, wiederzubeleben oder zumindest ekliges Lebendes in einen untoten Zombie zu verwandeln. Während sich Stillefall also mit rasender Wut diesen untoten Hort zuwenden will, entdeckt er Nemoe, die erste der beiden Naturgöttinnen. Stillefall ist kein dummer Zwerg, er weiß durchaus, dass man sich Verbündete suchen sollte. Das heißt, sollte Nemoe geneigt sein, ihm in seiner Mission das Leben zu vernichten, wie es jetzt in der Form existiert, dann ist er davon nicht ganz abgeneigt und deswegen stimmt er Nemoe ihr zu. Das heißt ja nicht, dass er, nachdem er diese Map mit ihr zusammen erobert hat, sie danach nicht noch immer auslöschen kann. Das heißt, der Pakt wird erstmal besiegelt, auch wenn es ein zweifelhabter Pakt ist. Und damit ist auf jeden Fall Serena unser Ziel. Sie wird vernichtet werden, sie soll das Untote her speisen und das ist unser langfristiges Ziel. Das ist ganz cool bei der Map, wir können immer eine von beiden für uns gewinnen und die andere dann angehen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Und jetzt können wir richtig eskalieren, jetzt haben wir die Untotenbeschwörung plus wir haben die Säbelzahnbeschwörung. Das heißt, es wird langsam Zeit für unseren ersten Kampf. Gesagt, getan und deswegen kämpfen wir direkt gegen einen T4-Knochendrachen. Also im Prinzip bekämpfen wir das, was wir auf diesem Land finden wollen. Aber wer sich nicht den Willen von Stilfa unterwirft, muss halt sterben. Und dazu benutzen wir natürlich unsere urtümliche Tierbeschwörung. Guckt euch das an. Wir hauen natürlich drastisch in den Nacken von diesen Viechern, weil sie sich unsere Willen nicht unterwerfen wollen. Ansonsten wird es zum Standardkampf. Wir versuchen natürlich möglichst viele Verluste zu haben und unsere Beschwörung zu maximieren. Das soll Stilfa als erster Schritt dazu werden, eine untote Armee aufzustellen. Das heißt, wir hoffen danach einige tolle, leckere Kreaturen beschwören zu können, um unsere untote Armee endlich aufblühen zu lassen. Am Anfang könnt ihr seit dem Patch alles beschwören an verschiedenen Skelette-Einheiten mit verschiedenen Fähigkeiten. Kampfmagier, Bogenschützen, Schild und Schwert, Speer. Das ist einfach super und das hoffen wir auch zu bekommen danach. Jede Einheit, die von irgendeiner Rasse abstammt, müsste uns eine Beschwörung ermöglichen. Dann müsst ihr natürlich noch die entsprechenden Seelen haben. Das heißt, wir müssen auch schön fleißig Einheiten töten, um wirklich unser volles Potenzial ausschöpfen zu können. Und so lange benutzen wir unser Totem-Tier, denn das gibt uns die Macht, mit seinem feurigen Hass und seiner Inbrunst uns hier den Vorteil zu gewähren, um diesen bescheuerten Drachen, der sich nicht unterwerfen will, komplett auseinanderzunehmen, wie ihr es hier sehen könnt. Er versucht noch in seinem letzten Aufschrei gegen Stilfa anzukämpfen, wird dann aber niedergerungen. Ohne Verluste kommen wir aus dem Kampf heraus, denn das ist die Macht unseres Totem-Tiers und die Macht des Hasses, der Stilfa erfüllt. Und jetzt können wir unsere ersten Einheiten beschwören, wie ihr seht. Wir können einfach so viel, wie wir wollen, beschwören. Das heißt, ich hätte sogar drei Einheiten hier beschwören können. Unfassbar, was Stilfa jetzt für eine Macht, die wir dazu bekommen haben. Ihr seht, wir sind auf einmal drastisch gestiegen, konnten den nächsten Kampf automatisch beenden und uns jetzt sogar noch eine Skelett-Mage dazu holen. Das heißt, wir haben einen massiven Vorteil bekommen, dadurch, dass wir diese Nekomotie benutzen. Das ist genau das, was Stilfa haben will. Und jetzt mal raus aus meiner Sicht, genau das, was man in so einem Spiel haben will. Man will sich mächtig fühlen, man will einfach krasse Dinge sehen. Und das ist genau das. Das Beschwören dieses Totem-Tiers und dieses Beschwören der Untoten ist einfach eine super Kombination, die einfach ein richtig gutes Spielgefühl schafft. Solch ein großer Sieg führt natürlich dazu, dass wir neue Anhänger bekommen. Und deswegen holen wir uns Koba, die Standhafte, als zweiten Helden. Noch keine große Transformation durchlaufen, genauso wie unser Stillfall selber. Aber in der Lage, uns einen Außenposten gegen Artug vom Wolfpack zu bauen, um ihre Machenschaften einzudämmen. Denn auch sie ist eine Schattenanbeterin, die ich ja selber mal erstellt habe. Könnt ihr gerne in dem Video mal gucken. Zwinker, zwinker. Und sie will mit ihren fiesen Wölfen, und das werden wir auch noch bald sehen, die Macht an sich reißen. Und das kann natürlich nicht sein. Die einzige Schattenanbeterin und die einzig wahre Dunkelheit, die es hier gibt, ist das Nekromantentum. Und nicht irgendwelche verdorbenen Eiswölfe, die mit ihrem schwächenden Geheul unsere Moral herabsetzen wollen. Denn darauf pfeifen unsere Untoten. Moral interessiert sie gar nicht. Das heißt, wir werden mit ihr später, früher oder später, kurzen Prozess machen. Währenddessen weigern sich weiterhin diese verfluchten, untoten Ratten, die die große Transformation schon durchgeführt haben, sich unserem Willen zu unterwerfen und schicken sogar frecherweise einen Trupp. Aber Stillfall ist intelligent. Mit diplomatischen Zügen und viel Geld kann er sie für sich gewinnen. Und das führt dazu, dass wir da keine Probleme mehr haben. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht Eichenwald, was nebenan ist von uns und unserer Rasse angehört, zu unterwerfen. Außerdem werden wir von irgendwelchen fremden Infestionen, also Plagenhorten angegriffen. Das weiß selbst Stillfall nicht, warum seine Macht schon so weit in diese Welt hinausgetragen wurde. Aber definitiv hat er wohl schon seine Stufen oder seine Pfoten auf dieser Erde hinterlassen. Doch wer große Macht haben will, muss auch große Leistungen verbringen. Und deswegen kommen wir zu unserer größten Herausforderung bisher. Der Rest war bisher alles nur Pille-Palle, denn jetzt guckt euch an, gegen das, was wir kämpfen müssen, um unser totem Tier zufriedenzustellen, um uns den Segen wirklich abzuholen und wirklich diese Karte mit dem Segen und der feurigen Wut unseres Säbelzahntigers dominieren zu können. Denn wir müssen gegen zwei T5-Einheiten und zwei brutale Bestien ankämpfen, die unsere untote Existenz tatsächlich bedrohen. Es ist aber ein klares Statement von Stillfall, zu zeigen, dass die Untote Macht, selbst wenn sie noch so gering ist, mit einfachen Skeletten und Zombies verwesen und ja schon fast billig und schäbig, dennoch, dass wir dennoch so Ende der Armee besiegen können. Und das zeigt uns, ob wir überleben sollen oder ob wir tatsächlich den ewigen Tod sterben müssen. In düsteren Höhlen hat Stillfall aber zum Glück noch Verbündete gefunden, Schlangen mit pestverseuchter Haut oder sturmgeschlängelten Schuppen. Die werden uns helfen, diese eine Armee und die zweite, die noch davor steht, gleichzeitig zu besiegen oder wir werden sterben. Das ist das, was wir jetzt haben. Das ist das Gemusterte. Mehr werden wir nicht bringen. Zwei Stacks mit neuer untoter Macht, einem Animisten dabei und einem Urteil, wie ihr seht, das eindeutig tödlich enden soll. Doch halt, bevor wir sehen können, ob ein T1-Stack, ein T5-Stack besieben kann, zusätzlich mit einem weiteren Stack, müsst ihr euch erstmal die Frage stellen. Liebt ihr Nekromantie so wie Stillfall? Liebt ihr es, den fischen leckeren Geruch vom modrigen Grab zu riechen? Liebt ihr es, auf Knochen zu spielen, als wenn es ein Xylophon wäre? Dann abonniert jetzt diesen Kanal und gebt auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar. Denn nur so könnt ihr zeigen, dass ihr wirklich Nekromantie liebt. Aber genug davon. Gehen wir jetzt zum Kampf. Was für ein Kampf das nämlich sein wird, werden wir jetzt sehen. Denn diese T5-Einheiten, deren Namen ich immer vergesse und diese dicken Bässchen da hinten, die können einfach Einheiten fressen. Und zwar einfach mal gemütlich auch T1, T2. Ich glaube nicht mehr T3-Einheiten, bin mir auch nicht ganz sicher. Und das ist natürlich schon mal fatal. Wir haben nämlich jetzt auch nicht die großartig numerische Überlegenheit. Wir kämpfen hier 12 gegen 10 Einheiten und sind natürlich komplett outmatched, wenn es um die Ränge geht. Damit sind gefressene Einheiten natürlich tödlich. Ich habe jetzt mit der Schlange einmal drei Einheiten nach rechts ablenken können. Das kann schon mal unser wichtigster Punkt sein. Denn strategisch gesehen können wir jetzt das Ganze aufdünnen. Wir schwören natürlich unser Aschensäbler. Denn nur so kann Stillfall wirklich zeigen, dass er in irgendeiner Form die Gunst dieses Säblers gewonnen hat. Bleibt abzuwarten, ob der Säbelzahntiger nicht selber im Magen der Bestie enden wird. Ansonsten hat Stillfall natürlich an der Hohenschule des Omni studiert. Das bedeutet, er macht die klassischen Tricks, die man immer haben kann. Wir gucken, dass wir die Einheiten splitten. Wie gesagt, durch die Schlange und einfach auch durch unsere Einheiten. Indem wir sie in einen richtig dicken Knüttel zusammensetzen. Dieser Knüttel ist natürlich jetzt nicht gerade vorteilhaft, wenn diese dicken Bässchen kommen und ihren demoralisierenden Schrei machen. Wir wollen aber möglichst mit unserer beschworenen Einheiten auch die Taktik, die wir von der Omni-School kennen. Wir benutzen, denn die beschworenen Einheiten können im besten Fall viele Sachen aufsaugen. Ihr seht, unser Säbelzahntiger Nummer 1 ist schon mal gestorben. Ich glaube, er wurde sogar gefressen, was okay ist. Das Problem ist, die können das nicht nur einmal im Kampf machen, sondern auch mehrfach. Um der Ogre, den wir haben und der Gegner hat, können natürlich auch jeweils einen Instant-Kill-Schlag machen. Auch da müssen wir natürlich aufpassen. Ansonsten, ein zweiter Totem-Tier ist da und versucht natürlich diesen, ich glaube Karak oder wie er heißt, dieses Bestie anzugreifen und zu schauen, dass er möglichst Schaden kriegt. Spoiler-Alarm, lange überleben wird dieses Totem-Tier auch nicht. Der andere ist schon mitten in unseren Reihen und hat schon mal seinen fiesen Brüll oder sein fieses Geschrei ausgelöst. Gute ist, unsere beschworenen Untoten-Einheiten, so wie es sich gehört für echte Untoten-Einheiten, haben natürlich keinerlei Moralsystem. Das heißt, sie werden nicht von negativer Moral betroffen. Jetzt hier habe ich ganz viel rumfummel und schaue, was kann Stillfall jetzt hier machen. Können wir es irgendwie schaffen, vielleicht eine von dicken Bestie zu töten? Schaffen wir es vielleicht, ein sinnvolles, dunkles Ritual anzusetzen? Das sind all die Fragen, die jetzt essentiell sind, denn jeder falsche Schritt kann hier das ausbedeuten, wie wir gleich noch sehen werden. Am Ende der Runde sieht das Ganze dann so aus. Naja, nicht wirklich geschafft, was ich wollte. Ich wollte halt versuchen, das dunkle Ritual in irgendeiner Weise anständig anzubringen. Ist nicht so drin. Ich schaffe es aber zumindest, einen einzigen Zombie jetzt wiederzubeleben, was uns schon mal weiterhelfen kann. Denn der kann jetzt hier dem Krokodil nochmal ordentlich auf die Mütze geben. Wir haben ein großes Problem. Unser Koba, unser zweiter Held, hat übrigens so sehr von der Macht von Stillfall geschluckt und gegessen, dass er irgendwie einen krassen Bug hat einfach. Die Waffe ist das Problem. Der, ja ich sag ich mal, manifestiert sich in einer gigantischen Form. Ich weiß nicht, wer den Fehler schon mal gesehen hat. Der kennt den dann. Die Grafik oder das Model fliegt da sozusagen raus. Dann sehen wir, dass die T5-Einheit unsere nächste Einheit gefressen hat. Diesmal ein Skelett mit Schild. Unsere Schlange rechts stirbt auch. Unser Blasrohrschütz hier hinten, glaube ich war es, ist vom Krokodil eingekornert worden, also in die Ecke gedrängt worden. Und zum Glück haben wir mit unserer beschworenen Einheit noch unseren Karak oder diesen T5-Best hier nochmal zurückhalten können. Das ist also die nächste Runde. Wir haben jetzt zwei Einheiten verloren. Ein Fernkäufer ist gebunden im Kampf. Wir können kein neues totes Tier mehr beschwören. Das heißt, wir sind jetzt darauf angewiesen, mit dem klar zu kommen, was wir haben. Und keins von den T5-Einheiten ist bisher gestorben. Keine einzige. Was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Der Gott der Ogre scheint aber mit uns zu sein. Denn unsere One-Hit-Kill-Fähigkeit tötet tatsächlich den feindlichen Ogre und heidt unseren eigenen. Damit haben wir links so ein bisschen Luft geschaffen, die wir auch dringend brauchen, um den nächsten Ogre, die zwei Bestien und die zwei Trolle, die dann noch kommen, umzubringen. Das ist leichter gesagt als getan. Wir haben aber zumindest einen kleinen Sieg errungen, in dem wir Zeit verzögert haben und wie gesagt die linke Flanke einfach mal befreit haben. Ihr seht, wir können jetzt mit unseren schönen Skelettbogen schützen und unseren Helden oder unseren Haupthelden, also Stillfall, ein bisschen Damage machen. Wir haben also ein bisschen Fernkämpfer noch in der Hinterhand, die hier wirklich noch Schaden machen können, die noch nicht gebunden sind. Das Krokodil unten, was unseren Bogenschützen, nee Blastrohrschützen, gebunden hatte, ist tatsächlich gestorben an, ich glaube, Verbrennen, Verwesen. Das, was unsere Skelette halt auslösen können und unser Stillfall auslösen kann. Jetzt geht es darum, diese blöde Bestie zu killen. Die T5-Bestie, die da vor uns steht. Denn die muss einfach, und ihr seht, jetzt kommt nämlich die Kobas super inhalieren von Stillfalls macht, das ist der Bug. Ich gucke gerade, was ist das? Ja, es wird das gefrorene Schwert sein, werde ich nach dem Kampf natürlich ablegen. Egal, zurück. Also, wir versuchen jetzt irgendwie diese Bestie zu töten, aber ihr seht, wie wenig Schaden wir da machen. Also jeder einer knallt da drauf. Es ist brutal, wie viel wir draufhauen müssen, um diese Bestie zu besiegen. Die sind sehr, sehr stark, die kann man auch nicht rekrutieren, leider. Aber, oh ja, da ist Kuba wieder. Er sieht aber, dass sie auch direkt wieder den Nächsten einer töte. Die Blastrohschütze mit einem Schlag einfach umhaut. Dann kommt wieder dieses Gebrüll. Und langsam, aber sicher kommt der Elefant und der zweite Sumpftroll näher, was das Ganze natürlich nicht einfach macht. Wir haben noch einen tatsächlich Aschenzahn, Säbelzahn, wie auch immer. Und der kann uns noch ein bisschen helfen, was ganz gut ist. Da hätte ich jetzt den Sprung verwenden sollen. Habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Das ist ein bisschen schadend, dass der verloren gegangen ist. Ja, kann sich natürlich rächen. Versucht dann den Gegenschlag erstmal abzuziehen, damit unser Held keinen Gegenschlag bekommt. Ihr seht wieder, Kuba manifestiert sich wieder in der Unendlichkeit. Und das macht langsam auch sicher dieses Viech mal, ja, bringt es langsam mal zu Boden. Aber nicht wirklich. Ihr seht, das dauert und dauert und dauert. Wir brauchen fast die gesamte Runde. Unsere Nahrkraft-Einheiten, die jetzt oben stehen, kommen ja jetzt auch wirklich nicht hinterher. Das heißt, wir kriegen auch keinen extra Schaden durch die, weil die einfach nicht von der Bewegung her herankommen. Und ihr seht, beide sind fast tot. Jetzt splitze ich auch noch ein bisschen Damage, war vielleicht ein Fehler. Aber, Halleluja, wir haben es geschafft. Der erste fällt. Das sieht bisher ganz gut aus. Wir haben natürlich Verluste erlitten. Ich kann aber schon mal dazu sagen, dass Verluste natürlich von Skeletten gerade nicht so relevant sind. Denn die können wir relativ gut nachmustern. Denn die Macht der Dekromantie ist einfach sehr, sehr, sehr krass. Und kann uns immer wieder Nachschub geben. Das werden wir im Laufe dieses Dauer-Let's Plays auch nochmal sehen. Ihr seht, oben die nächste Einheit wurde gefressen. Die T5-Einheit konnte wieder eine Einheit fressen. Unten ist unser Skelett wiederbelebt worden mit fast vollem HP, was ganz gut ist. Bringt uns nochmal einen kleinen Vorteil. Das heißt, wir haben nochmal eine Nahrkraft-Einheit hier, die uns unterstützen kann. Und wir haben es geschafft. Die zweite T5-Einheit ist tot. Ihr seht auch, dass wir jetzt noch ein Skelett bekommen haben. Das liegt daran, dass wenn die Charax sterben und die eine Einheit verschlungen haben, die nicht beschworen ist, dann spucken die die in Anführungszeichen wieder aus. Und dann kann man sie wieder nutzen. Das heißt, wir konnten zwei Einheiten damit nochmal retten und uns damit den Sieg auf jeden Fall sichern. Wir sind zumindest nicht gestorben. Ich kann aber sagen, natürlich, wenn uns jetzt Artak den Krieg erklärt, sind wir durch. Denn wir haben gar keine Armee und haben sehr viel jetzt hier verloren. Trotzdem ist der Sieg natürlich einfach für die Moral und einfach für die Dramatik natürlich super. Aber jetzt haben wir gezeigt, dass wir unserem Totem-Tier treu sind, dass wir alle Befehle von ihm durchführen, selbst wenn es unseren Tod bedeuten könnte. Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben drei Einheiten verloren. Die Schlange mussten wir natürlich opfern und zwei Blasgrosch schützen. Ihr merkt, die Skelette, die gefressen wurden, ich glaube der Phantomkrieger war es noch, die sind uns wieder ins Inventar gelegt worden sozusagen. Der Kampf war sauschwer, aber hat ganz gut geklappt. Eben wie durch die klassischen Omni-Taktiken. Kann ich euch nur nochmal empfehlen. Guckt einfach mal in die Tutorials rein. Ich erkläre euch das alles, zeige euch das nochmal alles. Da könnt ihr nochmal Hilfe holen. Aber egal, zurück zum Video. Wir haben jetzt die Waffe getauscht. Damit haben wir keine Bugs mehr. Und Koba sollte sich jetzt anständig verhalten und nicht mehr über die Unendlichkeit sich manifestieren. Die Ergebnisse dieses Quests finde ich erbärmlich schlecht. Und das ist auch übrigens alles ein Quest, was ihr aus dem neuen Primal Fury DLC bekommt. Richtig, richtig schlecht. Darf ich jetzt einfach mal am Rande hoffentlich erwähnen. Aber die Beschwörung ist natürlich genial und hat uns hier auch geholfen, den Sieg zu erringen. Denn ohne diese Beschwörung, dieses Säbelzahnes, wäre es niemals so einfach geworden, wie es jetzt war. Der Willfall ist natürlich mit einer unendlichen Wut und einem unendlichen Hass erfüllt. Aber ist nicht gerade der, sag ich mal, smarteste Kerl. Deswegen haben wir unsere Forschung ziemlich schwach aufgestellt und nehmen uns jetzt erst das zweite Buch, wo wir die Phantomkrieger beschwören können. Die uns ein bisschen verstärken. Und den magischen Schutz, um so ein bisschen die Nachteile von untoten Einheiten aufzufangen. Denn die haben sehr viele Resistenzschwächen gegen Feuer, gegen Heiligen. Also Heiligen Schaden, genau. Geistschaden. Und wir schaffen es auch, wie ihr sehen könnt, ganz strategisch, wie ich es angedeutet hatte, mit unserer Freundin Nemoe einen Pakt zu schließen. Dass sie im Endeffekt nach der Map wahrscheinlich nochmal durchführt von uns. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Es ist wichtig, dass wir unsere strategische Position verbessern. Denn Artug und eben die Sirena werden uns beide bedrohen. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo einen Puffer haben, sodass wir ein bisschen weniger von der Aggression abbekommen, als es eigentlich nötig wäre oder geschehen würde. Da Stillfall kaum Platz für seine Städte hat, mussten wir einfach Urquellen, unsere zweite Stadt, direkt neben unserer Hauptstadt quetschen. Kann ich auch nur nochmal aus der omnischen Schule empfehlen. Tut das durchaus mal. Es geht meist einfach darum, die Grundwerte mitzunehmen. Außerdem haben wir hier drumherum viel Wasser, was uns in ertragreiche Gebiete gibt, die sehr, sehr, sehr ordentlich sind. Gerade mit dem neuen Update, das vor einigen Patches rauskam, auch kostenlos. Und eben die Wassergebiete sehr, sehr mit hohem Potenzial ausgestattet hat. Dann seht ihr, wir haben unseren nächsten Gegner gefunden. Auch einer von meinen, den Evolver von den Breedern. Der ist auf jeden Fall einer, der im Untergrund startet. Seht aber, der hat uns schon mal eingekesselt mit zwei Städten. Das macht die KI gerne. Ist natürlich auch vor Schwierigkeitsstufe auch irgendwo zu erwarten. Das heißt, auch damit müssen wir klarkommen, auch er hasst uns. Unser dritter Held wird dann Alexunta Matros, eine rattenhafte Konstrukteur. Das heißt, jemand mit Wichtgestalt. Unser erster untoter Held, der schon mit der großen Transformation ausgestattet ist. Der also den Schritt in die richtige Richtung unternommen hat. Genau das, was wir brauchen. Denn den können wir jetzt heilen. Den können wir wiederbeleben, meine ich auch, aber mit bestimmten Fähigkeiten. Aber auf jeden Fall sehr gut heilen, sehr gut buffen mit unseren Nekromanten. Und wir können jetzt von unserer Stadt, die spreche ich gar nicht jetzt aus, lebendige Nebel und Dragona, die auch untot sind, beschwören. Das ist super. Also der lebendige Nebel ist nicht untot, aber der Dragona wird untot sein, weil er auch die Transformation durchgeführt hat. Lebendiger Nebel ist eine schlechte Einheit in meinen Augen. Könnte mich jemand korrigieren, wenn er wollte. Ich finde sie kackig ist. Ich beschwöre sie jetzt trotzdem, weil sie uns einfach im Autokampf so ein bisschen Vorteil gibt, dass wir nicht über jeden Kampf selber kämpfen müssen. In einem Stillfall, als er das Meer für sich erobert, gehen wir ein Bündnis mit Nemoe ein, um wirklich die Sache zu besiegeln. Die Sache wird uns natürlich jetzt ein bisschen mehr unter Druck setzen, denn wenn sie Krieg anfängt, werden wir auch Krieg anfangen müssen. Serena hat uns natürlich schon den Krieg erklärt, ist bisher aber noch relativ friedlich geblieben, hat da hinten schon ein paar Armeen, die uns durchaus mal beeindrucken können. Aber ganz ehrlich, durch dieses ständige Beschwören von Skeletten, was ich auch nochmal ab und zu zeigen werde, ist es halt wirklich schon sehr entspannt. Wir sind jetzt in der Runde 29 erst und ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr sicher, was sehr, sehr gut ist. Denn das schafft man normalerweise nicht auf der Schwierigkeitsstufe, selbst mit dem Mod, der es etwas angenehmer macht. Denn ihr habt einfach so viele Möglichkeiten, wenn ihr einen Stack besiegt, auch Verluste im Autokampf hinzunehmen oder Verluste, die ihr selber verursacht habt, um einfach da direkt wieder das Skeletten aufzufangen. Hier könnt ihr mal kurz sehen, was habe ich so im Empire Tree, also im Imperiumsentwicklung. Wichtig ist, geht immer auf magische Ursprung, Einheiten mit magischem Ursprung, Einheitenversorgung darf verringern. Dann diese Volksfähigkeit, die wir auch gewählt haben, die Beschwörer, sodass ihr weniger bezahlen müsst für Beschwörungen und auch da wieder den Unterhalt für magische Einheiten und den Drang der magischen Einheiten nochmal erhöht. Ja und jetzt geht es langsam so, Nemoe will, dass wir mit Artok in den Krieg gehen. Und ja, ganz ehrlich, Artok hat uns noch ein Gebiet geklaut. Artok will unsere Schattenherrschaft anzweifeln und deswegen ist es schon ziemlich sinnvoll, dass wir dieser Aufforderung einfach nachkommen. Wir könnten es auch keinen Mal ausgeben, also nichts an Imperiumkosten oder sonst was. Von daher gibt es jetzt schön auf die Mutze von ihrem orkischen Haupt. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie es so richtig schön abgeht mit der Dekomantie. Also wirklich tolle Sache, schaut es euch an. Wir haben natürlich extra jetzt den Krieg erklärt, weil ich gesehen habe, Artok war gerade schwach. Machen einen schönen Auto-Resolve, da brauchen wir gar nicht selber zu kämpfen, das ist kein Kampf, den wir sehen müssen. Ihr seht, wir verlieren sogar so nichts. Und jetzt kommt es, was kriegen wir denn jetzt Schönes? Guckt euch das an. Das alles können wir beschwören. Wir haben jetzt 115 Seelen und wir können jetzt einfach ein komplettes Deck, 3, 4, 5, 6 Einheiten uns gönnen und damit einfach ein komplett neues Deck ausheben. Das natürlich nicht stark ist, aber mit dem Beschwören von Säbelzahnen oder den Totemtieren oder anderen irgendwelchen coolen Fähigkeiten könnt ihr damit so richtig schön Ärger machen bei der KI, gerade wenn ihr sie vorher geschwächt habt. Was ideal ist. Zur Feuhe des Tages können wir unser erstes T2-Buch wählen, endlich, und nehmen die Todesfehler. Ja, wer jetzt schlau ist, weiß, ich hätte das andere Buch vom Schatten nehmen sollen, um die Knochenbäschen zu beschwören. Habe ich aber tatsächlich bewusst nicht gemacht, weil ich die Todesfehler gern haben würde, denn die können wir beschwören, 50% weniger, kriegt schon mal ein Level hoch und ist extrem stark und ergänzt unsere Reihen perfekt. Denn unsere Skelette sind okay, gerade die Fernkämpfer, aber die Nahkämpfer reichen als Tank und geben mit so einer Todesfee noch mal ordentlich Damage dazu. Außerdem kriegen wir dadurch dieses super coole Ding, die Unheilstiefen Graben oder wie sie heißen, die geben uns nämlich jedes Mal, wenn wir schlecht in unserem Ruf sind, das wollen wir halt, böse sein, wir sind halt Stillfall, sehr, sehr viele Forschung und sehr viel Mana. Wir werden nicht viel Mana brauchen und auch langsam mal die Forschung aufbauen müssen, um überhaupt noch ein bisschen was auf diese Knochenschrecken zu kommen und die große Transformation in diesem Let's Play durchführen zu können. Aber der Weg ist schon mal richtig, ihr seht, unsere Untoten streifen übers Land, plündern Gebiete und bewegen sich jetzt langsam auf die Hauptstadt von Artok zu, um sie endgültig zu vernichten, um darzustellen, wer ist hier Schattenherrscher. Es ist Artok selber, die den Kampf wählt mit ihren drei Stacks, die tatsächlich gar nicht so schwach aussehen und die Verluste, die wir kriegen, sind ganz okay, aber natürlich lassen wir es nicht auf uns sitzen. Wir wollen ihr zeigen, wer wirklich Schattenherrscher ist. Wir steuern den Kampf mal, aber er ist trotzdem sehr relevant, denn er zeigt, wie gut unsere Taktik aufgeht und wie gut auch Artokstaktik ist mit ihrem schwächenden Geheul. Wie schon der große Omni, Doktor und Professor, glaube ich, seines Namens, sagte Divide and Conquer. Das heißt, wie immer, machen wir einen schönen dicken Knüttel und werden unten diesen Phantomkrieger da lassen, der sowieso als ätherische Einheit recht gut zokeln kann, also Damage aufnehmen kann und schauen mal, ob er vielleicht sogar nicht wie bei der Schlange hier so ein bisschen Durchbruch rechts auch machen kann mit zwei, drei Einheiten. Aber erstmal wird der Phantomkrieger natürlich wieder eine Herde ablenken. Mit dessen heil ich und waffe ich alles, was so geht, um möglichst effizient zu sein und die Gefahr, die jetzt auf uns zu wankt, ja, ein bisschen abfedern zu können. Natürlich gibt es wieder unser Säbelzahn, der schön hinten in diese Fernkrafteinheiten reinbeschwirmen wird. Der habe ich keine Hoffnung, dass er überlebt oder sowas. Das auf keinen Fall. Ihr seht, wir haben jetzt auch verschiedene Beschwörungsfähigkeiten. Unser Held kann zwischen Tier beschwören und, äh, ja, ansonsten tatsächlich noch keine Beschwörungsfähigkeiten, außer eben das Dark Ritual, das dunkle Ritual. Ansonsten seht ihr, wir knüddeln uns so richtig schön. Wir merken gerade, okay, da oben links scheint noch irgendwie so eine Buff-Party abzugehen. Das heißt, wir stellen uns so ein bisschen mehr in die Mitte und hoffen, dass die rechte Seite mit diesen schwachen Fernkämpfern zuerst auf uns zukommt. Ihr habt kurz gesehen, das beschworene Tier war ein Einhorn, das macht einen Charge-Angriff und haut schon mal schön die Fernkrafteinheiten auf die Mütze. Ihr seht aber auch Artdruck-Strategie, gut, nicht ganz gut ausgeführt, das ist ja meine eigene Strategie. Ihr läuft mit dem Helden nach vorn und macht dieses schwächende Geheul. Wenn ihr das wirklich gut in eine Masse reinmacht, könnt ihr Einheiten tatsächlich massiv töten. Also mache ich hier gerade mal eine schamlose Eigenwerbung. Guckt euch das Video an, wo ich die verschiedenen Kulturideen, Rassenideen vorgestellt habe. Ist schon was älter, aber immer empfehlenswert. Denn wenn ihr dieses geschwächende Geheul wirklich in Massen reinhaut, ihr seht wie viel Schaden das uns schon gemacht hat, obwohl es überhaupt nicht effizient war. Aber wenn jeder von diesen kleinen Einheiten, die da auf diesen weißen Wölfen sitzt, euch diesen Schaden gibt, dann sterbt ihr auch sehr gerne mal. Das merkt man jetzt hier vorne ein bisschen in diesem Pulk, den ihr gerade sehen könnt, wo unser lebendiger Schatten ist. Ansonsten geht es jetzt los, also richtig los. Die AKI hat sich nach vorne bewegt, wurde so ein bisschen getriggert und jetzt können wir einzeln die Sachen auseinandernehmen. Der Held da vorne ist ziemlich mächtig, deswegen muss er natürlich als erst sterben. Das ist generell auch wieder die omnische Regel, tötet die Helden zuerst. Ganz, ganz essentielle Geschichte. Wir machen gleich auch das, was Nekomantin noch mal stärker macht. Die Nekomanten an sich haben schon mal einen ganz guten One-Time-Attack, also einmaligen Schuss, der okay Frostschaden macht, was schon mal ganz nett ist. Aber vor allen Dingen können sie wie unser Hauptheld Stillfall tatsächlich auch wieder etwas wiederbeleben. Das heißt, sie können Untote wiederbeleben. Ja, worauf kann ich das anwenden? Das werden wir gleich mal sehen. Naja, mein Lehrmeister wäre jetzt nicht ganz so zufrieden mit mir, weil wir doch den Damage schon ein bisschen spreaden, was nicht unbedingt gut ist. Außerdem seht ihr, dass unsere Skelette mittlerweile auch den aufsteigenden Zorn, der ja durch die ultimische Kultur kommt, bekommen, weil ich diese Fähigkeit, die ja jedes Mal bei jeder Kultur kriegt, wo er die Fähigkeit der Kultur auf alle Einheiten anwenden könnte, erforscht habe und auch angewandt habe. Den Helden haben wir jetzt doch noch irgendwo umgebracht, obwohl wir da relativ viel gespreadet haben. Das ist aber okay. Wir haben noch einiges übrig. Ihr seht, wir töten auch noch ein Pekini, was sehr wichtig ist. Und ich hatte jetzt gehofft, ich kann jetzt Dark Ritual machen, aber völlige Fehlanzeige. Ich kann aber zumindest einen Zombie wiederbelegen. Ja, völlige Fehlanzeige einfach, weil ich den Helden schon benutzt hatte. Habe ich nicht gemerkt. Ansonsten seht ihr meinen Phantomkrieger rechts, macht einen absolut genialen Job. Schild- und Schwerteinheiten rechts abführen, wenn sie ätherisch so noch hohe Resistenz gegen physischen Angriffe oder sowas haben. Es ist einfach genial. Ihr seht, ich hole sogar meinen Held zurück, weil ich dachte, okay, ich glaube, wir können diese schwächeren Einheiten da einfach halten und habe dann nochmal schön eine Fähigkeit drauf verwandt, die uns auch nochmal ein Zombie herbeiholt, um diese Front halt wirklich auch alleine dominieren zu können mit diesem Phantomkrieger, den Helden und diesem schworenen Zombie. Jetzt seht ihr natürlich, die KI haut uns jetzt ordentlich unseren Dragona kaputt. Der Hauptheld kommt, also Artok, mit einem Charge. Die kriegt sich eine dicke Lanze. Brutal viel Schaden, das ist ja auch die Idee dieser Kultur. Und ihr seht, unser Held stirbt auch fast. Es wird also nicht ganz so einfach, wie man jetzt vielleicht meinen mag. Aber jetzt kommen die Nekromanden ins Spiel. Wenn der Dragona, der gerade gestorben ist, wenn ich den Platz, wo er liegt, erstmal finde, erstens, weil ich bin nicht so intelligent, deswegen dauert das ein bisschen und zweitens, dann noch die Einheiten davon entferne, also ich sie jetzt töte, wie ich jetzt machen werde und hoffentlich nicht den Nekromanden verbraucht habe in seiner Bewegung, dann, wenn alle diese Bedingungen eingetroffen sind und meine Intelligenz dazu ausgereicht hat, dann kann ich mit den Nekromanden tatsächlich diese Einheit wiederbeleben. Ihr seht, ich mache es jetzt, aber natürlich komplett auf dem falschen Platz. Wer aufgepasst hat, hups, das sind die Zombies, das sind nicht die Dragona, ich bin ein bisschen verplant. Also ich muss jetzt erstmal hier den Platz freiräumen, zack, und jetzt kann ich mit dem anderen Nekromanden hier wiederbeleben. Jetzt muss ich erstmal den richtigen finden und es ist Stillfall, der Nekromand und wir können jetzt hier den Dragona einfach wiederbeleben. Das heißt, die T3-Einheit ist einfach wieder da, das ist so richtig lecker und das macht wirklich, wirklich Spaß. Das macht Nekromantie tatsächlich zu einer extrem tollen Taktik. Generell ist Nekromantie mit seiner Kampfmagierstrategie sowieso stark. Wenn ihr beschwören wollt, ist eh auch schon mal stark, weil die Beschwören auch extrem mächtig sein kann. Und das war es eigentlich, das war der Kampf. Ihr seht, fast alles flieht. Wir dürfen es natürlich nicht fliegen lassen, aber das tue ich euch jetzt nicht an und dass das ergeht. Einen Verluste, damit hatte ich jetzt auch gerechnet, ist natürlich knapp gewesen, wir konnten es nur durch die Wiederbelebung halt erreichen, aber Wiederbelebung ist halt auch eine so krasse Fähigkeit, sollte gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen immer, immer mitnehmen. Und ihr seht, was wir jetzt wieder alles beschwören konnten. Es ist komplett abgespaced. Wir können jetzt unsere gesamten Seelen wieder ausgeben, die wir gerade im Kampf erhalten haben, um nochmal so Plündersquat freizuschalten, damit Stilfer wirklich richtig Terror und Mord über das Land bringen kann. Das ist schon genial. Eine letzte Sache noch zur omnischen Schule. Und zwar zur Erklärung, warum sind die Einheiten vor Stilfer geflogen, außer dass er halt ein Necromantie-Meister ist und der Selbelzeit auf seiner Seite ist. Deswegen, weil wir jetzt auch durch die Todesfee oder das Buch der Todesfee noch die Freudensabsauger und die grausamen Waffen haben, die die Moral abziehen. Das ist extrem stark gegen jede lebende Einheit Moral nicht unbedingt so buffen kann. Also unbedingt nutzen, denn ihr seht, wie viele Einheiten da nicht mehr gekämpft haben. Das heißt, wie viel Damage wir damit so mitigieren konnten, also einfach nicht bekommen haben. Absolut empfehlenswert. Artok ist komplett am Boden zerstört. Ihr seht, ich hatte zwischendurch nochmal Artok, glaube ich, alleine irgendwie umgeklatscht. War auch, glaube ich, nochmal ein größerer Stack, dabei war aber auch kein spannender Kampf. Deswegen, weg damit. Und damit ist sie jetzt endgültig Geschichte. Und jetzt haben wir gezeigt, wir, verdammt nochmal, sind hier die Schattenmacht und nicht irgendeine komische Orkin auf ihrem weißen Wolf, die uns ein bisschen was vorheulen will. Die Stadt wird natürlich mit wahren Nekromanten bevölkern und nicht mit irgendwelchen Orks. Deswegen werden die Ewigen hier einziehen, sodass unsere schönen Zwergchen und unsere Verbündeten hier auch wirklich die Nekromatie betreiben können. Und wenn die große Transformation durchgeführt ist, wir wirklich auch alle Einheiten untot bekommen. Währenddessen seht ihr, wir erholen unsere ersten Todesfehlen. Extrem krasse Einheiten, die mag ich ganz, ganz besonders, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr als Nekromant spielt, die mitzunehmen. Das sind sehr coole Einheiten. Natürlich, wenn ihr nicht Nekromant spielt, sind auch diese Beobachter ganz cool, aber die Todesfehlen gefallen mir sehr gut, weil sie sehr flexibel sind und Moral natürlich herabsetzen können. Das heißt, das, was ich eben erklärt habe, könnt ihr damit nochmal massiver durchführen. Und da gehört uns Drac Vech, die Stadt von Arthug, vom Wolfspack. Endgültig. Und damit haben wir jede Erinnerung an sie ausgelöscht und beseitigt. Alle anderen Städte, die mit der verbündet waren, das war nicht auch Eichenwald, deswegen konnte ich das nie einnehmen in irgendeiner Form, falls ihr euch erinnert, haben wir einfach Frieden geschlossen. Das heißt, Eichenwald versuchen wir jetzt für anderen zu binden. Dann hat der Breeder selber den Krieg erklärt. Ich glaube, Nemo wollte auch, dass wir den Krieg erklären. Da hätten wir aber einen Abzug von dem Imperium bekommen und soweit reicht unser Bündnis dann doch nicht. Er hat uns dann aber selber den Krieg erklärt und dreht unser Gebiet ein. Die Armee ist allerdings nicht sehr beängstigend. Ich glaube, der hat schon ordentlich mit Nemo sich auf die Mütze gegeben. Und jetzt endlich habe ich das Buch genommen, Buch der Seelen und wir können die Knochen schrecken, beschwören, wenn wir diese Forschung in zwei Runden durch haben. Und dann eskaliert das Ganze, ihr habt ja schon gesehen, wie krass man beschwören kann, eskaliert das Ganze noch mal so richtig, richtig schön. Und jetzt kommt es zum letzten Kreuzzug. Wir werden den Breeder noch in seiner Untergrundfestung ausräuchern, denn so richtig die Evolutionsfähigkeit nutzen konnte er nicht. Ich kenne das Gefühl, es ist nicht immer so einfach, da ist Nekomantie deutlich, 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 deutlich stärker. Kann ich also nur empfehlen gegenüber Evolution, wobei Evolution an sich ja auch eine nette Mechanik ist. Der Drachenlord hat sich nicht nehmen lassen, seine gesamte Armee froh und zu positionieren. Und zwei, guck mal, ich habe schön sechs Decks. Diese Decks sind aber nicht gerade besonders stark und wir sind jetzt in der 53. Runde und wir haben uns recht gut geschlagen. Also ich möchte es noch mal betonen, es klappt wirklich sehr gut. Man muss aber auch sagen, unser Vasallenstadt hat uns sehr starke Einheiten gegeben. Wir nehmen jetzt tatsächlich einfach dieses Outresolve an. Warum? Ja, wir können einfach Knochenschrecken beschwören. Guckt euch unsere Seelenzahn an oben, 211 und die Knochenschrecken kosten 50. Das heißt, ich könnte jetzt vier T3 Einheiten aus dem Nichts herausholen, plus, dass ich konstant nach Todesfehlen beschwören kann. Ihr könnt euch also ausrechnen, wie viele Stacks ich dann pro Hunde produzieren kann oder zumindest einmalig nach einem großen Kampf. Zweiter Stack, auch einfach dasselbe Prinzip, ich pfeife drauf, ich gehe da einfach auf, ja, komm, lass uns automatisch Kampf machen. Also ich überlege noch, ja, aber dann denke ich, weißt du was, ich kann die Dinger noch beschwören. Warum soll ich mich da zurückhalten? Das heißt, ich gehe diesen Kampf auch ein und vernichte damit die komplette Armee vom Breeder. Verliere drei Einheiten und wisst ihr, was ich sage? Es ist mir scheißegal. Ich muss hier die Kommanden nachschwören, das stimmt schon, das kriegt man nicht so einfach, aber ansonsten guckt euch das an. Ich gehe da unten und sehe da unten, da ist noch ein Knochenschrecken. Den nehme ich mit und damit habe ich ja schon wieder zwei neue Einheiten und sofort wieder drei volle Stacks. Ich habe mir außerdem jetzt die Armee und tote Armee heilen freigeschaltet, kann also meine Armeen auch noch schön heilen, solange kein Zauberblock im Weg ist und kann damit die Stadt, die keine Widerstand mehr leisten konnte, einfach überwalzen. Genauso wie die letzte Armee, die der Breeder uns entgegenwirft, das ist eher so eine Verzweiflungstart, die wird auch komplett aus dem Leben geworfen. Und wieder, mir ist egal, lebendiger Schatten, komplett Wurst. Ich hole mir einfach einen Knochenschrecken wieder. Guckt euch das an. Zack. Und ich könnte mir sogar noch, ich hätte mir noch fünf weitere oder vier weitere holen können. Aber es reicht mir schon, einen zu holen. Plus, ich habe noch eine Todesfee. Damit sind meine Stacks wieder auf volle Zahl. Ich habe hier nicht mal mit drei Stacks gekämpft, sondern nur mit zwei und trotzdem habe ich diese drei Stacks von Breeder und dem Drachenlord komplett aus dem Leben geknödelt, was super ist und nochmal zeigt, wie stark diese Taktik ist. Nach all dieser Zeit, nach all diesem Morden, nach all diesem Plündern, nach all dieser nekrotischen Energie ist es soweit. Wir können die große Verwandlung durchführen beziehungsweise erforschen. Die übel riechende Legion, eine der besten Verzauberungen in meinen Augen. Schwächende Aura, mehr HP, super cool. Wir können zu Wicht gestalten werden, dadurch unsere Einheiten alle Lebensraub haben und wir können Knochendrachen theoretisch beschwören, wenn wir T5-Einheiten von nicht-faktionsspezifischen, gibt ja auch keine fraktionsspezifischen T5-Einheiten, töten, können wir Knochendrachen für Seelen beschwören. Werden wir nicht zu kommen, aber dafür können wir uns eine neue Einheit angucken, den Inferno-Koloss. Und zwar hat unsere neue Vasallienstadt Eichenwald was Neues für uns aufgebracht, und zwar den Inferno-Koloss und die Wächterinnen und C4-Bogenschützen, die wir alle schön mitnehmen können. Dieser Elefant ist auch ziemlich cool, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, also rein von der Art her, die ist sehr stark, hat einen AOE-Effekt, also nicht schlecht so als Ergänzung. Das heißt, das muss ich nochmal erwähnen, weil ich es nämlich in meinem Review von dem DLC nicht getan habe, durch den Patch ist zusätzlich noch diese Fähigkeit gekommen, dass die freien Städte eine gescheite Einheiten geben können. Richtig cool, macht richtig Spaß. Ihr habt es mit dem lebendigen Schatten gesehen, ihr habt es mit allem anderen gesehen. Und dann ist, ja, nebenbei Breeder endgültig zerstört worden, nachdem er wie viele Kämpfe verloren hat. Ich weiß es nicht am Stück. Generell war er nicht so beeindruckend wie Arthog jetzt tatsächlich. Und jetzt geht es nur noch zu Serena. Das heißt, die letzte Mission im letzten Kreuzung ist hier Grünhain zu erobern. Und das wird unser letzter Schritt sein und damit auch tatsächlich das Spiel für uns entscheiden, wenn wir es schaffen können. Serena ist ausgestattet mit extrem starken Naturfähigkeiten, super Wachstum, Blatthaut und so weiter. Also braucht massiv viel Lebensenergie und alles andere hat sie dabei. Sie hat auch ein recht krasses Deck da in der Stadt. Aber ich würde es jetzt gleich irgendwie klimaktisch machen und das Ganze spannend machen. Aber die KI, die zwei neuen, die wir da bekommen haben durch die DLC, ist irgendwie nicht gut. Also ich meine, Breeder war jetzt auch sehr schwach. Aber sie hat einfach ihre Armee nachher rausgeschickt. Das werden wir gleich sehen. Und hat die Stadt einfach aufgegeben. Also die Stadt ist einfach weg. Diese Armee konnte ich einfach im Feld besiegen, konnte einfach meine Einheit wieder nachbeschwören. Und damit war es das. Und das waren zwei gute Stacks. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir überhaupt noch irgendeinen richtig coolen Endkampf finden. Denn irgendwie wirkt die KI so, als wenn sie ein bisschen überfordert von der ganzen Situation wäre. Kann natürlich daran liegen, wie gesagt, dass ich hier ein Mod drin habe. Ihr seht jetzt mittlerweile auch hier nochmal, was wir alles beschwören können. Es macht super Spaß, mit den freien Städten jetzt wieder zu arbeiten. Es ist, ich habe es ja schon mal auch im Tipp-Video, wieder schamlose Eigenwerbung, guckt es euch an, gesagt, wie wichtig so ein Banner-Fürst-Modifikation sein kann. Oder generell diese Vasall-Mobilisierung. Und jetzt mit diesen neuen Fähigkeiten, dass ihr auch krasse Einheiten bekommt, macht das noch mehr Spaß. Nicht nur T3-Einheiten, sondern ganz, ganz viel anders. Ja, und dann kämpfen wir im letzten Kampf. Ihr habt es gesehen. Ziemlich erbärmliches Setup, was die da hat. Ich habe keine Ahnung, was mit der KI los ist. Ich glaube, die hat einfach vor unserer Macht der Nekromantie komplett aufgegeben. Bei dem Kampf gibt sich Silvia gar nicht erst so richtig Mühe, irgendwas zu konservieren. Denn er weiß, nach dem Kampf kann er seine untoten Legionen wieder verstärken. Natürlich machen wir die üblichen Strategien, aber da wird jetzt nichts Besonderes Neues mehr rauskommen. Der Gegner hat jetzt auch keine schwachen Einheiten, aber es ist halt viel zu wenig, dass es uns irgendwie bedrohen würde. Wir können mit den Knochenschrecken einfach nach vorne rasen, mit unserem Inferno-Elefanten da, Inferno-Koloss einfach nach vorne gehen, mit unseren Dragonern, weil selbst wenn sie sterben, denkt daran, wir haben Nekromanten und Stillfall dabei, also alle drei Nekromanten, und die können die Einheiten wiederbeleben. Und selbst wenn die Knochenschrecken sterben, nach dem Kampf können wir sie wiederholen, die Todesfäden wieder beschwören. Das heißt, wir sind hier in absoluter Hoheit von jeglicher Macht. Das macht richtig Spaß und ist tatsächlich genau so, wie so ein Fantasy-Spiel auch sein sollte. Denn so können wir wirklich zeigen, ey, ich habe hier eine krasse Strategie, ich habe eine krasse Macht und diese krasse Macht nutze ich auch ganz bewusst aus. Und das sollte, und das will ich hier nochmal so ein bisschen als Kurzfazit und reinnehmen, vielleicht mache ich das sogar ein eigenes Video zu, nochmal erwähnen, es muss so für jede Kultur sein. Genau dieses Feeling will ich für alle haben. nochmal, ich spiele auf brutal Light, von daher mit meinen Stunden, ich glaube 400 Stunden mittlerweile Erfahrung, ist das jetzt nicht so schwierig, sich da gut durchzuarbeiten. Aber ich will halt darauf hinaus, dass ich das hier auch locker auf der normalen Brutalschwierigkeit durchführen kann. Das macht dann auch Spaß, man fühlt sich dann auch gut dabei und hat auch Lust, die Kämpfe zu kämpfen, was teilweise nicht mehr so war. Das heißt, wir haben hier eine Mechanik dazu bekommen durch einen kostenlosen Patch, der einfach in meinen Augen genial ist und der in meinen Augen auch mit jedem Patch für jede Kultur kommen sollte. Und dazu gehört natürlich auch, dass die urtümliche Kultur tatsächlich diese Säbelzähne beschwören kann. Und bitte, Triumph Studios, nein, bitte nerft das nicht mit den Säbelzähnen, sondern überlegt mal darüber, ob er vielleicht genau das Gegenteil gemacht. Erhöht die Stärke aller Kulturen in dieser Weise, damit jede Kultur sich so cool anfühlt wie Nekromantie oder eben dieses Beschwören dieser urtümlichen Tiere. Denn das wäre wichtig, um das Spiel voranzubringen. Egal. Was sind wir im Kampf? Da ist jetzt nicht mehr viel Spektakulärs. Ich gehe wirklich voll all in. Mir ist komplett egal, was hier passiert. Ich habe meine Dominanz mit Stilfer bewiesen. Stilfer als Unmut und Stilfers Hass kann sich jetzt nochmal auf Serena kanalisieren, um endgültig die Dominanz über diese Karte darzustellen. Und mehr ist da tatsächlich nicht mehr zu finden. Dementsprechend springen wir zum Ende. Wir haben nichts verloren. Natürlich nicht. Serena war wirklich gar keine Auswahl. Ihr seht, ich hätte noch mal x Knochenschrecken beschwören können. Aber damit haben wir den Sieg eingefahren. Und damit ist Stilfall unangefochtener Nekromantie-Meister mit seinen Wichtgeborenen untergebenen. Und hat das Land entvölkert oder neu bevölkert mit Untoten, je nachdem wie man es sieht. Er kann jetzt aufsteigen ins Pantheon und auch das möchte ich nochmal hervorheben. Ist eine richtig coole Geschichte. Denn die Fähigkeiten die ich hier mit ihm wählen kann finde ich auch wieder einfach klasse. Guckt euch das erste an. 10 Lebenspunkte für alle Einheiten mit magischem Ursprung und verursachen 10% mehr Schaden. Wisst ihr was das bedeutet? Jeder Untote kriegt mehr Schaden und mehr HP. Und ihr könnt auch einen Fatumkrieger beschwören einmalig im Kampf. Genial. Dann haben wir Geistbrecher und Seer. Seer ist ganz cool wegen Reichweite für Fähigkeiten. Extrem coole Fähigkeiten. Bitte mehr davon. Und Todesrufer auch genial. Ihr könnt alle zwei Runden eine Skelette einfach mal beschwören. Absolut cool. Richtig coole Fähigkeit. Ich entscheide mich hier für den Beschwörer weil ich halt nicht auf den Beschwörerfahrt gegangen bin und die magischen Einheiten hervorgeholt habe. Denn Stillfart ist ein absoluter Beschwörungsmeister. Er ist ein Meister in den nekrotischen und astralen Energien. Und das hat er damit auch nochmal bewiesen. Und was soll ich euch sagen? Ja, vielen Dank wer auch immer noch hier hin zugeschaut hat. Das hat wirklich Spaß gemacht. Obwohl die Map nicht so cool war. Die hat mich schon wieder sehr geärgert. Aber ansonsten eine super Sache. Ich kann es nur empfehlen. Spielt nekromantie. Ansonsten ihr wisst was ihr zu tun habt. Like, subscribe und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.